Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Begriff für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Thema Gute Gefühle. Tja, und was das professionell mit unseren Themen zu tun hat, das bespreche ich mit Holger Kracke. Holger, du bist Mr. Feelgood, so nennen dich zumindest so manche Menschen. Du bist Top 100 Speaker, du bist Kollege in der GSA, Trainerkollege, Autor und du bist Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes für Burnout-Prävention. Das klingt ja alles ziemlich spannend. Herzlich willkommen hier in der Aufnahme, Holger Kracke. Hallo Stefan. Woher kommt denn jetzt der Name Mr. Feelgood? Das ist ein Name, den mir sogar die Presse gegeben hat und ich finde, sie beschreibt extrem gut das, was ich mache. Denn bei all dem, was mich antreibt, geht es immer darum, wie kann es Menschen besser gehen? Wie können sich Menschen besser fühlen? Insbesondere in der Zeit, die wir heute so durchleben, wo immer alles höher, schneller, weiter gehen muss und sich immer mehr Menschen damit gar nicht mehr wohlfühlen. Okay. Ja, es muss höher, schneller, weitergehen. Es geht um auch Veränderungen, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht wollen wir da mal als allererstes einsteigen. Gute Gefühle sind ja jetzt ein Thema, was jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda von vielen Führungskräften steht. Wenn es um Führungsarbeit geht, da stehen eher so andere Themen drauf, wie wir müssen uns digitalisieren oder wir müssen uns verändern oder wir müssen wachsen oder wir müssen irgendetwas tun, aber gute Gefühle stehen da ja nicht. Könnte es sein, dass diese stetige Veränderung auch einer der Faktoren ist, die ja letztlich dazu führt, dass die Menschen eben sich nicht gut fühlen? Ich möchte dir gar nicht so gerne widersprechen, aber ich muss es quasi direkt tun, wenn du sagst, dass gute Gefühle gar nicht weit oben auf der Agenda von Führungskräften stehen. Es ist immer die Frage, was verstehen wir darunter? Und wenn wir davon ausgehen, dass das Thema Gesund führen für eine Führungskraft immer mehr an Gewicht bekommt, dann steckt dahinter für mich schon das Thema gute Gefühle. Gute Gefühle den Mitarbeitern gegenüber wecken, aber natürlich auch ein gutes Gefühl für sich selber bekommen, weil man weiß, dass sich die Mitarbeiter bei einem selbst wohlfühlen. Es gibt eine aktuelle Studie vom Institut für betriebliche Gesundheitsförderung, die sagen, dass aktuell das Thema Gesund führen auf Platz Nummer vier steht bei allen Führungsthemen. Da kommen momentan, wie du richtig sagst, Digitalisierung und andere Punkte noch davor. Aber man hat auch gefragt, wie seht ihr denn eure Führungsaufgaben in fünf Jahren? Und die Studie ist jetzt ein Jahr alt, das heißt, wir sprechen noch von in vier Jahren. Und da sehen die Führungskräfte das Thema Gesund führen als Thema Nummer eins auf ihrer Prioritätenliste. Also deswegen, ich glaube, da verschiebt sich schon eine ganze Menge. Das Thema Veränderung, da müssen wir uns nichts vormachen. Und die Welt ist Veränderung, seitdem sie erschaffen worden ist, seitdem sie entstanden worden ist, ist ständig Veränderung da und ein bestätiger Wandel. Wir haben heute nur ein Thema, es wird immer schneller. Diesen Begriff exponentiell, den hat man vor 20, 30 Jahren eben noch nicht verwendet. Heute ist er in aller Munde. Und genau das ist etwas, was bei vielen das Thema gutes Gefühl ganz arg einschränkt. Okay. Also du sagst, Veränderung war schon immer da, aber nicht in dieser Geschwindigkeit? Exakt. Also wir haben genau mit dem Thema Geschwindigkeit ein Problem. Der Mensch ist ja ein extrem anpassungsfähiges Wesen. Nicht umsonst gibt es uns noch und ganz viele andere Spezies gibt es nicht mehr, die es nicht geschafft haben, sich den Veränderungen anzupassen. Und selbst Darwin hat ja mal gesagt, es ist nicht der Intelligenteste, der überleben wird. Es ist auch nicht der Stärkste, der überleben wird, sondern es ist die Spezies, beziehungsweise die Person, die es am besten schafft, sich den Veränderungen anzupassen. Und ja, wir sind veränderungsfähige Wesen, aber wir sind nie damit konfrontiert worden, dass die zeitlichen Zyklen so kurz sind wie jetzt, wo sich Veränderungen ergeben. Und ich bin überzeugt, wir stehen da gerade erst am Anfang einer Entwicklung. Wir sind ja nicht am Ende, sondern wir sind gerade am Anfang der Entwicklung, dass alles wirklich immer viel schneller geht. Und da bin ich davon überzeugt, wir brauchen Methoden, wir brauchen Anpassungsstrategien, die uns weiterhelfen, mit Situationen besser zurechtzukommen. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's.